Soll ich dir zeigen, was er mit mir gemacht hat? Was? Soll ich dir zeigen, was er mit mir gemacht hat? Was er mir beigebracht hat? Was? Samt und Sonders? Hinten und vorne? Na ja, Schwangerer kann ich nicht werden. Stimmt. Einer muss ja der Zweite sein. Allerdings. Es ist echt schön. Also gut. Echt gesagt, so scharf war ich gar nicht auf ihn. Nein? Nein, sein Ding war nicht sehr groß. Das soll doch nichts ausmachen. Nein, das nicht, aber es hilft halt. Ich bin froh nicht. Ich bin froh nicht. finally mit dem